Ich habe keine Ahnung, ob es in Japan Tannen hat oder nicht, aber wenn es mehr als ein Spiel hat... Philipp, die Karte sieht nicht aus wie Saipan, okay? Aber Japan hat Tannen, oder nicht? Keine Ahnung. Das sieht nicht aus wie Japan. Ja, das sieht auch nicht aus wie Japan. Ja, meine ich etwa, da sind überall solche japanische Schriftzeichen in solche Häuser, oder wie? Ich glaube, es ist schon scheiße. Aber Japan haben andere Häuser. Und auch wieder. Das sieht eher aus wie Russland. Eben. Obwohl, eigentlich finde ich, sieht im MOW alles aus wie Russland. Selbst die Wüstenkarten sehen aus wie Russland. Nein, die Wüstenkarten sehen nicht aus wie Russland, die Wüstenkarten sehen aus wie Wüste. Das ist alles wegen dem Grafikstil. Christian, die Wüstenkarten sehen aus wie Russland mit gelbem Schnee. Haha, richtig. Der hat's erfasst. Oh Gott, ich glaube, ich bin diesmal nicht in der Mitte. Ne, ich bin in der Mitte. Gott sei Dank. Gott, was ist denn das denn? Oh nein! Oh, was zur Hölle ist das denn? Was willst du? Ich bin gerade überlegen, wie ist das hier alles sicher? Ach, Philipp. Ach, Philipp. Kommt, rennt, meine kleinen Tierchen. RENGT! Das sind deutsche Soldaten, das sind keine Tiere. Das sind Russland oder was? Haha. Ja, was ist das Deutschland? Deutschland sind geile Tiere. Okay, das war jetzt schwul. Boah, so meine ich das nicht. Das war jetzt noch schwuler. Alles klar. Jawohl! Passt! Na, ihr seid jetzt erobern. Ich hab euch da hingeschickt. Boah! Los! Verstanden! 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 Habt ihr beide eure hinteren Punkte vergessen? Nein, ich hab... Ich hab... Ich hab... Es sah nämlich grad so aus, es hält die übelst Verzögerung gehabt, weil die anderen haben ihre schon und wir nicht. Ich war noch am Erobern. Achso. Aber mir hat das auch einen Moment gedauert, leider, muss ich zugeben. Ja, macht nichts. Fahrzeug rechts, M20. Ja, ich weiß. Oh shit. Schieß einfach mit all deinen Leuten auf den Schützen, dann passt das. Scheiße, den hab ich gar nicht losgeschickt, man. Ah, renn! Wirklich, da nicht. Renn nicht. Hab ich nen Panzer jetzt gewollt? Ja, hab ich. Wirklich, da nicht. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ein paar Punkte. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Pass auf, dass der M20 nicht zu Mini-Medicomkehr, weil ich hab'n nicht zu Panzerwehr. Ah, nice. Kettenfahrzeug hier. Ja. So, jetzt bräuchte ich noch ein paar Infanteristen um die... M19. Was ist das? M19, bitte. Schießt jetzt auf meine Einheiten. Wenn er Bock hat. Hm. Ja. Verstanden! Ja. Ja. Echt! Verstanden! Los! So. So... Oh... F***! Oh f***! Nein! Oh f*** du, Stuart... Verstanden! Kannst du mir vielleicht helfen? wie denn es den panzer dort ausschalten welchen panzer rechts was ich immer markieren kann ich frage mich gerade wo meine panzer bei soldaten sind die ich geholt habe ich bin mir ganz sicher ich kann zu suchen ja ich kann nicht ausschalten das zweit weg ich habe kurz bei mir aufräumen und dann komme ich zu euch rüber bleib auf 95 meter philip ich muss immer auf den hügel irgendwie auf den hügel hochkommen du bleibst mindestens auf 95 meter ich wollte hier hin und dann ist es kaputt ja aber wenn du näher ist als 95 meter kommst dann kill dich dass die urte vielleicht oder ich probiere es da er hat er mich darum 4g haben sie aber ein bisschen am design gefeilt oder ja kann sein beim 3 hat ja auch weiß nicht ob du den so trist ja 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 ich ja ja da rüber ja 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 aber nur ich habe keine 139 meter reichweite das natürlich nicht ich will nur ich dass er sich überschlägt du sollst nicht mehr als 95 bitte merkt ihr das ja schütte one more shot M19 kommt nach rechts Ja, ich habe einen Stuck geholt jetzt Ist egal, reicht beides Ich habe den Dings kaputt bei mir Ja, dann zieh den Panzer zurück Soll ich noch Zeug rüberbringen, oder? Nein Wir haben jetzt selber Der bleibt dort stehen Mit dem M19 Gut so Ich stehe da hinten an dem Felsen, den muss ich von rechts holen Guck mal von hier aus oder so Jetzt mit dem Panzer Ja, mit dem 4G, du musst weg und sonst kann ich mit Scharfschafts nicht benutzen Oh, bei mir kommt ein Dingson Bitten Bulverine Bulverine Also ich soll jetzt mit dem Panzer den anderen holen, oder? Ja, du sollst den dem 19 wegholen, ja Ja, okay, okay Kann ich so weit schießen mit dem? Keine Ahnung 110 Meter oder so, wenn es nicht reicht, dann lass es Wie gut ist denn die schwere Pack? Gut, aber die holst du jetzt nicht Okay Ja, ich könnte bald schießen, jetzt könnte ich schießen Okay Der Turm ist beschädigt Er muss den Gunzeug holen Okay, haben Ich hab die Kette von Wolverine, der ist erledigt Ah shit, nein, der hat meine Kette Und ich stehe mega behindert Aber meinst du, ich komm da mal ein paar Zafersoldaten ran? Ja, klar Locker Du bist jetzt schon ziemlich nah dran Aber dann beeil dich Ich fordere mich und Einfach rüber ran? Ja, klar Fuck Der hat Munition Der hat da hinten Was ist das? Schuss, 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 schuss Rechts ist ein Sherman Oh fuck, er hat meinen Oh shit Mann, typ hat er auch Ja, toll Du bist jetzt behindert Ich könnte nochmal so ein Panzer holen Ne, wenn, dann mach ich Aber die haben 76er Schaum Das ist halt das Problem, das kannst du vergessen Da haben wir auseinander genommen Und zwar schön Ich kann eine 37er Flak holen 37er Flak, ey Was ist denn das? Die Große, die 8-8er Achso Hm Warum ist das Scham, wenn meine Leute sind? Nein, geht Dann mach, dann hol lieber eine schwere Pack Über die schwere Pack, wirklich? Ja, mach Aber dann beeil dich Wo steht denn die gut? Bei mir hinten auf dem Berg drauf Oder ist das weit hinten, das ist weit hinten, ne? 1,76er ist kaputt Ne, auf dem Berg ist gut Mach mal hier hin, weil die hat mehr Reichweite als 4G Ja, komm Ja, komm Ja Jawohl Shit, jetzt kommt bei mir noch ein Quark, fuck Robox, hast du irgendwie eine Panzerstrecke oder so? Weil dann kannst du dann kannst du einen 76er Reitig gut von rechts flankieren Äh, ich versuch gerade den mit einer Panzerabwehrgranate zu holen Ja, das wird nix Die sehen Ne Aber ich hol gerade einen Panzer auch noch Was für ein Panzer 4G, Alter, das ist ein 76mm-Störer mit einer Lastentscheid Ja, okay Ja, gut Panzerschreck Ich versuch's gerade selber, den Panzerschreck Mal sehen, ob's klappt Ja, gut, ich hol einen Ja, hol du einen Oh, Philipp, aber bei dir ist noch ein Quark Hol mal mehr Infanträger Ja Ja, ist es Nee, nee, nicht Ja, hol Hättest schon lange holen sollen Ich hol eigentlich die ganze Zeit nach, aber Hol einfach ganze Züge Verstanden Oh, shit, dein Hauptgeschoss, leckt mich doch Hab ihn 76er Rechts ist fort Nice Aber den Quark krieg ich von der Position aus nicht, gell Ja, dann lass ihn halt Soll du doch davon stehenbleiben Bei der Infantil und Verteilbar da hinten Soll ich doch da vergammeln, ey Oh, ich glaub, ich krieg ihn, ey Komm, 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 bitte Slowbox, jetzt holst du einen 4G vor Hab ihn, Quark ist tot Ja Was? Jetzt hol deinen 4G vor Wir pushen rechts Ja Oh Gott, was machen denn meine Soldaten dort Oh, der hat da Minen gelegt, ich schüsse ihm sein Ernst Ist das dein Ernst, dass er jetzt da rumlägt? Oder ob nicht das? Nee, nee, so ja Wir haben 205 vor Pink gerade Der andere ist noch schlimm vor Pink, ja, keine Ahnung Vielleicht ist er abgeschissen Ja, schade Du dich, Poschma Fahr mir mal hier durch Hier liegen Minen Hä? Ich soll da durchfahren? Ja, mit dem Panzer Philipp? Ja, ja Mit dem Schiffen bleiben wir einfach auf dem Boden liegen Ich sag denen, sie immer sollen aufstehen Okay, jetzt Ja, das war nicht so gut Ja, das war nicht so gut Oh Mann, Fanezeri Jawohl 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 Der Dings kommt vor Vorruhen Okay, Hauptturm und Hauptgeschütz Ab ihn Ich hab die Hellcat rechts Ja, hab's gesehen Glückst du auch die falschen Mäger weg? Hm? Ob du auch die falschen Mäger wegbekommst Mal sehen Ich hab eine Panzer-Benedade getötet Nein! Okay 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 Ähm Ich würde mal gerne die Hörse ausprobieren Ah, dann bau ihn Ach, ich Ja Dann bau ihn keins Das wäre ne Möglichkeit Ja, ist es halt echt Ey Nein Nein, die bauen sich dort hinten auf 76er Wahnsinn Okay Geist mal wieder Geist mal wieder Geist mal wieder Geist Geist mal wieder Ah, das war nicht ernst er hat soeben nicht ernsthaft mit einer m8 mein stkfz in die luft gehört aber das passiert ja so selten tja passiert komm ey den kriegt ihr doch dort weg das war ja deine was soll die große park holen also die richtig große ganz machen obwohl der fährt gerade rüber glaube ich nicht doch nicht doch nicht jawohl 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 eine yahoo Ich komm mal der Mörser weiter nach vorn Ja Ähm, der kommt da hinten mit ein paar Panzern Mit ein paar Mit drei Stück Coole Sache Ja, da hat er wohl einmal hier Dings und Massenanfertigung geholt Finde ich nicht, total Ehrlich gesagt Hm, wie lösen wir das Problem? Warten, wir haben 90 Punkte Wer kann damit gar nichts mehr machen, ey Das Problem mit dem Pershing haben wir auch gleich weg Hoffe ich mal Den krieg ich noch, bevor das Spiel vorbei ist Hm, womit? Oh Mann, ey So, das war der Perfler Wie markiert man jetzt eigentlich in dem Spiel? N Das heißt nicht, jetzt Das war schon immer so Du hast nie gefragt Klar hab ich mal gefragt Das weiß ich Sicher Eigentlich haben wir doch alle einmal gefragt Ich nicht, ich wusste alles von Anfang an Sicher Schöne wie das in dem 19, ey Schöne wie das in dem 19, ey Pfff Ostwind, komm schnell Schafft auf jeden Fall, Philipp Mit der Geschwindigkeit Komm schneller Ich hab grad viele Sachen gekauft 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 Schafft auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich hab grad viele Sachen gekauft Ich hab viele Sachen gekauft Ich hab viele Sachen gekauft Vielen Dank.